Yo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder CSGO. Heute mit dabei Sir Perry, Fabi, Ty und Shadowhoof. Hallo. Hallo. Und ich versuche das erste Mal, ich versuche wirklich das erste Mal eine Desert Eagle in der ersten Gründe. Allgemein, ich hasse die Desert Eagle. Hilft mir einer hoch? Natürlich, warte. Dankeschön, Dankeschön. Du kannst sagen, ich hasse die Deagle irgendwie. Mit der musst du echt Glück haben, dass du den One-Hit landest. Ja, den Luck-Shot halt. Oh ja, das kommt mit mir. Und ich lande den natürlich nicht. Wieso kau ich diese Waffe? Vor dir, vor dir, vor dir. Nein, nein, nein. Shadows, letzter Mann. Mach das Ace, mach das Ace. Oh, war auch einer? Pass auf. Okay, alle sind da. Einen hast du noch mitgenommen. Krasse Nuke. Ach. Ich freut mich hier, Alter. Ich finde gut ist die geilste Map Kann mir einer nochmal hoch helfen? Ich versuche außen nochmal durchzurutschen Ich kaufe mir auch einen Armut Nein, ich hätte mir ne... Ich hätte mir ne... Ich hätte mir ne Zeus kaufen sollen Ich habe die Hoffnung, dass der außen alleine ist und dass wir den eigentlich schaffen wegzunouben mit nem Luckheadshot und dann können wir seine Waffen nehmen Ich bin Nice Wo war der? Der war Garage Okay, hatte der ne Waffe? Einer ist Main Ja, hatte der Hast du die? Ja, hab die War Main tot Vorsicht Ah fuck Da ist noch einer, da ist noch einer Noch einer A Noch einer ist A drinne Da ist Outside Leider kommt von unserem Spawn Von Perry, du hast die Waffe Du musst schon was machen Oh Gucke ich nach links und rechts und rechts beschossen Gucke ich nach rechts äh, rechts und links beschossen Nein, ne Eco noch Oder? Ja, ich mach einmal nochmal CZ Ja, die ECO macht ja sogar immer mit einer CZ eigentlich Weil die CZ ist einfach OP Ich komm mit denen nicht klar, ich spiel mal P250 Ja, die hab ich bisher auch gespielt, aber ich muss sagen Im Nahkampf hast du 2 Kills Innerhalb einer Sekunde einfach Lass mal P gehen oder so Ich versuch mal einfach durchzurushen Ist eh eine ECO Ich bin durch Ich auch Au, ich nicht Die haben ne Shotgun Die Bombe liegt oben Main Ja, eine Rampe Da waren 3 stück Main Das gibt's doch nicht Der hat mir ja vorher den Hit gegeben Aufschluss, Alter Mh, da sind zu viele gewesen Ich hab mir ne Messer tatsächlich herein Zieh's herein Zieh's herein Zieh's herein Zieh's herein So, jetzt können wir Parry kannst du mir ne AWP kaufen? Zu late Haben wir noch einen? Ne, wir haben keinen mehr Ok Ich hab, ich smoke außen Ich smoke außen, ich smoke außen Kann mir einer nochmal hochhelfen? Ja, dann helfe ich dir auch I'm throwing smoke I'm throwing smoke 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 Eigentlich kann man ja auch alleine den jumpen Aber ich hab's einfach nicht trod Wir haben ne Scout, wenn ich das richtig gehört hab Ja, haben die Ist ne Garage recht Ich smoke garage Einer ist tot Scouts ist tot Wir können Einer oben Wo war der genau? Oben, Cat, what? Hinter uns Hinter uns Down Cat ist auch tot Ah, ist clear Kommt auf alle Blinden Der letztes Run, run, run Der letztes Run Der letztes Run Schön gemacht Ok, die hatten gekauft Das heißt, wir können jetzt außen eigentlich wieder durchrushen Machen wir genau dasselbe Einer hilft mir hoch Die anderen laufen einfach außen durch Einfach außen die ganzen Smokes hinwerfen Die können da nix machen Und vielleicht noch eine kühle Granate Richtung B Oder einfach grad aus Ich hab die Smoke verkackt, oder? Ja Scheiße Scheiße Oh, ich hab meine auch verkackt Oh, ich hab meine nicht richtig verkackt Jo, ich bin drauf Einer down Noch zwei Leute da Einer down Deckmarm beim Spawn Ah, so Einer hat ne Arbel Statrack Arbel Ja, der ist auch ne Statrack Arbel Ja, Statrack Bienenwabe Ja, Statrack Bienenwabe Arbel ist down Der Ente A Ne, der hat keine Statue, oder? Doch, der hat ne Statrack Ist doch, Arbel Statrack Ich smoke die Robben Und Bienenwabe Boah, Junge, der hat kassiert So, die haben jetzt wieder gekauft Jetzt haben sie kein Geld mehr Jo, vor allem haben die keine Arbe Jetzt kommt ja auch nicht smoken Jetzt geh ich mit der Arbe außen Obwohl ich ne Scheiße voran hab Scheiße Also smoken oder nicht? Mhhh, ne Machen wir trotzdem ohne Smoke Wir laufen einfach durch Mr. Double Etzulin BMF Mr. T Oh, Mr. T ist im Gegner-P Oh Diese Flashbang Oh, sorry Oh, der hat nicht Oh Gott Der block nicht No Ah, fein Schön gemacht, der Schön gemacht, der Oben, oben ist der wieder mit ner Nitro Ist oben Da muss irgendwo sein Teil gehen, oder? Und bei B gehen? Oh ja, der ist okay Ah, da kam der aus Secret Bitte außen nicht flaschen Auf keinen Fall da flaschen Die haben jetzt ne AWP Ich leg mich mal mit der Ne, ne, der hat sich ne SG genommen Nicht AWP Ok Ich geh außen, äh, Snipern Bitte da auf keinen Fall flaschen, so Außen ist eigentlich immer ganz gut Weil da können wir die einen nach dem anderen wegpicken Guck mal, bei Lobby Und ich geh Pommes Versuch die in der Mainzone Ja, und da schmeißen die jetzt den Planeten Einer kommt außen Das haben wir dort nen Container Slashed Nö Mh Ab 1 Na, Heaven down Also nicht Heaven down Einer ist noch Lass über die Jumpe, lass über die Jumpe Lass über die Jumpe Ja, letztes Outside mit 50 Ok Der ist, äh, runter gegangen Secret Nice Schönen 8 So, noch geschafft Ja Brauch ich mal ne Mech 7 Ja, ich hab mir fair Geht mir Nein, der hat sogar Swag Der hat sogar Swag Bei dem gleichen Skin hab ich aber auch Swag 7 Hast du mir Aufkehber dafür? Ja, den Aufkehber hab ich leider nicht Aber Swag Aber Swag Ich geh wieder außen Ja Ich geh wieder auf Bommes Immer einer Bombe mit Mokka hat deinen Teamkameraden angegriffen Bitte nicht in der Nähe von mir stehen Weil ich muss nach links gehen können Wir haben einen Sniper Down, ist down Jack Shadows Lass, aber dann Ist down, ist down Komisch Bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn auch mit dem ersten Schuss getroffen hab A2 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 Der eine war wahrscheinlich auch WAMP Dann Ich hab dann ja selbst gehört Wenn der weggerannt ist Einer ist Garage Also Outside Im Mech Flashbang Oh Ich glaub der saved er Ich glaub der wird safen Merk den Noch ein bisschen Wallbang Vielleicht triffst du ihn ja zufällig Ne, der ist wahrscheinlich entweder da Oder da hinten Da ungefähr so Oh Ich weiß wo der ist Scheiße Oh Ich bin bei einer Tegel geschlossen Kaboom Fuck Das war ein Hüpfer So So wie der gehüpft ist Wisst ihr was jetzt kommt? Wisst ihr was jetzt kommt? Jetzt kommt Party! Heeeey 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 Ist das nicht dasselbe Sound wie vom Fiddlestick, von diesem Halloween-Stim? Ja, wenn ihr irgendwie kommt, ja Hehehe Ja dann geht das eigentlich noch Ich mein deren Geburtstag ist ja eigentlich vorbei Oh da hab ich einen gefassen Oh Bei einer Oh Oh Fuck, ich hatte gerade Waffen gewechselt Der ist wieder zurück Oh Ach genau Ich hab den nur zweimal getroffen, Alter Ist doch der eine kommt über Whamp Hat noch ähm Half-Life Einer ist Pommes? Einer ist Pommes Einer ist Pommes, der letzte Einer war Lobby noch Einer hat Lowlife, der hat 40 lebende Einer Einer hat Lowlife, der hat 40 lebende Einer Ja weniger sogar Der bleibt angehört, Vorsicht Wo war die Bombe? Der ist da oben Nein, der war bei Iva, den hab ich nicht gesehen Ah Kackeee Da hab ich glaube ich mit der AWP keine Chance gehabt Die Bombe wieder auszuholen Ich wusste, dass die deine AWP überhaupt nicht mitgenommen haben Ich glaube, ich hab dir nicht mal gesehen, dass du eine AWP hast Ich glaub die wollen nicht mal mit einer AWP außen gehen Wissen, dass du da bist oder wie? Ne, aber Ich glaub die haben so oft außen verkackt, dass die sagen einfach, es geht gar keiner mehr außen Meine Möglichkeit Doch, die haben jetzt einen Der ist aber weggelaufen Jo, der rast schon wieder Pommes AWP außen down oder Sniper oder was rumme der hatte Hilfe Wer ist denn das? Ferry Der ist um die Ecke, auf A Oh, scheiß Flash Zwei auf A Zwei auf A Dem hast du sogar noch ein Hady mitgegeben Dem hast du sogar noch ein Hady mitgegeben Schade, nein, nein Ich glaube ihm 8, ich hab eh kein Geld mehr für A, aber scheiße Ich bin droppen Oh Dann geb ich dir wieder Gibt die Fabi Ja, die kann AK nehmen, der Fabi Z Okay, hä? Jetzt hast du keine, ne? Ne, ich mag ZZ an mir Ich dachte, wer gerade mehr Kids gemacht hat mit der AK Bei diesem Nahkampf ist die echt übertrieben Auch Einzelschuss kannst du damit echt geil nehmen Ist, kann mir einer hochhelfen? Ja Äh, Fabi, lass ich Vorsicht, der Rush einmal gleich wieder Einer? Oh, wie shit Ja War das nur einer außen? Ja, aber zwei HE ist aber nur einer außen Der andere ist wahrscheinlich Main Ich gebe dem 88 Schaden, 10 HP Oh, da ist noch einer A-Spot Komm, den hast du, den hast du, Till Einer noch A-Spot Ja, war A-Spot, ja Was, der lädt denn nach? He, das lädt jetzt mal nach Ich weiß nicht, wo er jetzt ist Ja, genau Ach, scheiße Auf den Spot, genau Der hat auch Die sind beide, die sind beide da Sind beide da Gb Ich hab den A in 70 Schaden gemacht Können hier schon unten sein, wie? Aber die hören nicht, ja Jetzt ist einer, glaub ich da Welche Seite? Eieieieieiei Egal, wir haben schon vier Runde, ist gut Ein paar fehlen, ne? Ich brauch hier eine AWP ohne Arme Ich brauch nur einen, der mit außen lang geht Damit ich jemanden auch im Nahkampf hab Ja, dann geh ich halt Und dann hauen wir da einfach alles weg Die haben echt außen eine dicke Schwäche Die lassen sich ja wegpicken Diese Gelbverschwendung Ach, das ist aber 100 Äh, äh, Fabi, du blockst, du blockst bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Ich seh keinen Außen Außen Klee, außen Klee, außen Klee Doch, einer ist Main Einer ist hinten Oben auch Oben auch Oben down Oh, der Main hat getroffen Ah, ich weiß nicht, ob ich ihn gehittert hab Ah, genau Fuck Einer war, äh, unter unter Catwalk Einer ist unter dem Catwalk Am Fenster Warte, jetzt wird der eine Main kommen Ah, ist frei Ja, oben Oben liegt noch außen Zwei gegen einen Der ist oben Schön Der letzte, der war Genau, geh mal da lang, geh mal da lang Du kannst durchlaufen Ich glaub, der hört dich nicht Ich glaub, ich weiß, wo der ist Der ist beim Catwalk Unten am Fenster warte Ich mein, ich hab den sogar mit der AWP gehittet Genau, da mein ich, bei dem Genau, da mein ich, bei dem Genau, da mein ich, bei dem So, ich geh einfach nach B Hab ich nicht gesehen Er war oben Ah, bei dir Anti-Cat war der Ich kauf mir nur Schild und CZ Wo rushen die immer? Wollen wir mal Rampe versuchen? Ja, da ist immer einer Mit dieser Komische Okay Ich werd mal an der Tür warten Und gucken, ob da einer rush Um mir eine Waffe zu Also der, die sind da Bei der Rampe sind die wirklich gierig Wenn die sehen, dass da keiner kommt Kommt sie sofort Einer ist Pommes, wenn ich das richtig gehört hab Der ist jetzt Pommes Okay Als wir nichts wissen Ach, genau, sofort Das sind Gibt's doch nicht Eieiei Eieiei Der Nitro sieht auch geil aus, ne? Ja Ah, ich find die Atomic besser, ne? Ihr habt alle gekauft Dann lass nochmal außen lang gehen Ich brauch jemand, der unbedingt bei Main reinguckt Weil der hat mich ja schon dreimal aus der Main rausgeholt Sozusagen Wenn wir mal vorgehen, dass da jemand reinguckt Dann versuch ich nämlich die Außen zu picken Die gehen mit zwei oder drei Mann Außen Oh, ne? Main Oh, ne? Von hinten, einer Von hinten, einer Aus dem Spawn Von hinten, einer Aus dem Spawn Der hat noch 30 Hast du den? Ja Ich lauf mal Catwalk nach oben Einer ist glaub ich auf A Einer hab ich auf A gehört Einer ist bei den Treppen Oh Gott, ich würd was Auf A kannst du glaub ich durch A sieht clear aus Ich hab nur 50 HP ohne Schill Oh, das ist der Lüftung Schacht Linker Lüftung Schacht Das ist der Lüftung Schacht Der Main ist extrem stark Der holt immer ein Ein oder zwei mindestens Ja, Mr. Double die, oder? Genau Ja, der rusht immer Lobby Ja Also ne, der andere Der Main Außen steht immer Der Olaf Hengst drüben, oder? Hier Mr. Double, der rusht immer Lobby Ja, dann lass einfach Ich glaub ich geh Der Tausend Dann im Spawn gucken Ich geh nochmal Außen Einer Rush Ist durch Oh Gott, ich hab ne ganze Night getfissen Außen down Einer Noch einer außen Einer außen noch down Boah, der ein fälliger Sieger Einer noch in der Garage Jo, ich bin down Gaitage open Schön, Gaitage is down Ihr könnt durch Er ist gerade clear Erlass arm Ich hab' noch einer Ich hab' noch einer Ich hab' noch nicht getroffen Huch Jo, Töl, bleibt beim Besten stehen Aus Outside kommt Main. Und einer Wind. Main ist der Letzte. Main der Letzte. Rechte Seite. Hast du hast du hast du. Nice, nice, nice. Jawoll. 9, 6. 6 Punkte geholt. Ist ganz gut als D. Ist wirklich eine extrem starke CT-Map. Ja. Wenn du jetzt gleich die Bisse-Runde verlieren. Ich werde denke ich A gehen. Ich werde Rampe gehen. Ich werde Rampe. Dann komme ich mit A. Dann kriege ich Auszeitung. Wir auch. Jo. Ich gehe dann dahin, wo es ist. Ja, ich werde später dann auch auf Outside gehen, sobald ich eine A habe. Aber so lange werde ich... Ja, ich peek auch noch. Ich gehe auch noch. Sag Bescheid, wenn die kommen. Dann komme ich sofort nach außen. Verstärkung. Lieber Main. Oh, hier. Achso, nee. Einer ist noch da. So, auf A. Einer ist down. Wir sind durch die Rennlobby rum. Einer durch. Wir sind schon A und keiner ist auf A. Doch, doch. Der ist schon tot. Einer ist auf Rampe. Ja. Einer ist auf Rampe. Ja, drei sind Rampe noch. Hast du den? Hast du den? Bomme down. Nice. Drei kommen von Rampe. Nice, Niklas. Kriegst du auch noch. Nice. Ich komme auch noch mal. Der letzte war Rampe. Der letzte war Rampe. Die sind Dauerfeierwaffe, ne? Die sind Dauerfeierwaffe, ne? Die sind Dauerfeierwaffe. Die Kobalt. Oh, der hat ein... Alter, der hat ein über-trend-geilen Fanatic-Sticker. Holo oder welchen? Guck dir das mal an. Deinem ich Holo-Catowiz. Nice. Willst du sie wiederhaben? Nee, nee. Hey, der hat ja sogar noch Stat-Trick. Wow, der ist eine Eagle, mit der der nichts kann. Ja, der hat sogar Stat-Trick mit der Eagle. Nice. Tür. Oh Gott, ich hatte noch zwei Schuss. Hey, hey. Alla bitte. Probieren wir noch. Nein, mich hat der geholt. 70 HP Pommes, kommt. Ja, Shadows. Rechts von dir, Shadows. Oh, Hilfe, Ofer. Schön gemacht, Shadows. Da rechts war noch einer. Boah, der hat mich misst. Ich hasse die. Bombe-Ramp. Da war einer, da war einer. Ach fuck, ich dachte, ich dachte, ich wäre noch T. Nein, ich habe noch eine Nade von euch. Dann gehen wir nach außen, machen ein Double-Nade. Die könnten sich jetzt nämlich eine AWP kaufen. Ja, dann gehe ich A. Ja. Wer ist mit mir? Böde. Habi. Okay. Versuch mal außen. Oh ja. Die gehen außen. Ja, okay. 2,3 kommen wir. Einer ist auf A, go. Hol dir den Pillen. Oh, ich habe den 87 gemacht, in 2. Dann machen wir noch eine Eko. Fabi. Fabi, kaufe nochmal eine Nade. Lass aber deutlich... Oh ja. Der Geld von der Nade. Wir müssen die Nade deutlich früher werfen. Die dürfen da nicht durchkommen. Wir müssen gleich sterben von den 2 Nades. Ich habe meine eben auch schon zu spät geworfen. Dann gehe ich mit der Outside noch. Ich brauche noch eine Nade. Okay. Keine Outside. Oh. Da ist Feuer. Pommes. Einer kommt noch. Eine Outside. Es ist Pommes. Einer ist im Pommes drin. Einer. Das gibt es doch nicht. Von beiden Seiten kamen die. Und Outside kamen die. Okay, jetzt habe ich AWP. Jetzt können wir... Jetzt verteidigen wir. Hoffentlich. Hoffentlich. Wir haben auf jeden Fall gut aufgeholt. 3-1 haben wir gespielt. Auf der CT Seite. Wir sind aus. Ach so. Oh, 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 okay. Außen kommt einer. Down. Einer Lobby. Einer Lenk. Kommt vor. Der kommt vor. Oh. Einer ist A-Spot. Pommes ist down. Pommes ist down. Einer Baram vor. Einer Lobby noch. Pommes. Down. Down. Einer Bar down. Ja, da war der. Uh. Oh, der letzte ist Pommes. Pommes? Ja. Nee, nee. Bei mir. Bei mir. Oh Gott. Der rennt Rampe rum. Hört sich ja Rampe. Rampe, ja. Unter uns. Der ist durch die Fenster. Boom. Zick, zack. Ich muss sagen, ich habe extrem schlechten Sound mit dem Hitze. Und deswegen höre ich die kaum. Till, soll ich wieder Rampe gehen, oder? Ja, gehe richtig Rampe. So unbedingt ein neues Hitze kaufen. Sound Blaster kann ich keinem empfehlen. Einfach nur rausgeworfenes Geld. Ist echt so. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe Kopfhörer von meinem Handy sind sogar deutlich besser als von diesem, ja die Sound Blaster Rage. Einer. Zwei Grad Wamp. Einer Pommes. Einen gehittet mit einer SSG. Einer kommt zu dir. Ist einer Star Parry. Gut, gut. Einer Lobby. Thomas. Thomas down. Noch einer down. Mein Thanos. Er wollte mit auf mich schießen. Danke, Muka. Einer außen. Rampe ist da noch keine. Run here. Er ist Lobby. Bumme ist da an Rampe. Bumme ist Rampe da an. Schön gemacht, schön gemacht. Beide. Einer ist noch da. Der andere hat noch 60. Loll, der kämpft außen in der Ecke. Boah, wie der mich gehört hat. Der hat sofort hochgeguckt. Echt nice Sound. Place. Nein, ich habe wieder was vergessen nach der Runde. Ich will doch nach jeder Runde, will ich doch einmal Party abgeben. Wo muss ich das am Anfang machen. So. Tadam. Ey. Bei mir kam der Sound gerade diesmal gar nicht. Das kommt natürlich bei deinem eigenen. Ja, manchmal hört man den auch so. Na, ich höre auch von den anderen den Sound. Ja, die sind runter. Wie viele? Äh, einer runter auf jeden Fall. Die anderen auf dem A-Spot. Jo. Einer ist auch A-Spot. Oh, ich brauche Hilfe auf A-Spot. Eine Rampe. Einer mit AK und einer mit A-W-Rampe. Komm hier runter. Nein, keine Chance mit der AWP. Schön gemacht. Aber noch einer mit A-W-Rampe. Einer ist zu helfen, glaube ich. Für die Leiter gehört. Peri macht das. Peri ist eine Special-Einheit. Peri. Wie für solche Situationen trainiert wurde. Peri. Jawoll. Nice. Sache, Herr. Hast du ein Defuse? Defusing. Kommt. Ich glaube, du hättest komplett durchziehen können. Hättest, glaube ich, geschafft. Ja, wahrscheinlich. Oh, letztes Mal, weil ich das versucht habe, hat es nicht so gut funktioniert. Muss eh kommen. Ja. Ja, ich auch. Ich nicht, ich könnte sogar droppen. Ja, droppen wir einer und einer kommt mit dann außen und versuche ich da was zu holen. Du kriegst was und... Obwohl, ich komme mit B. Ich komme mit B. Ich komme mit B, ja. Wir lassen hier außen alleine. Also, keine Ahnung. Soll einer auf A, der Main steht, mit sagen? Ja, von außen. Ich habe nur eine Deagle. Okay. Ja, ich spiele da passiv. Ich sage einfach nur, wenn die da lang gehen. B ist keiner. Nur einer außen mit einer Awe. Einer auf A, zwei. A liegt, eine Waffe. Weil von außen. Eine Rampe. Einer kommt Main. Man hat Hit, ich gehe nach unten. Er ist noch hinter dem roten Container, geht Richtung Secret. Einer down. Oh Gott. Thomas ist in Smoke. Nice. Bombe liegt außen. Ab allen, auf dem Spot. Der letzte könnte der gewesen sein, der Secret runter ist. Bombe liegt außen. Ich bleibe noch bei euch. Kurz vor dem Secret. Die dürfen bei mir so viel. Ah, okay. Das klappt nicht. Oh, ich stehe los. Was denn? Ich habe gar nicht so viel Lärm bei mir. Der wird wahrscheinlich über Catwalk kommen. Ich würde ihn da schätzen. Ich sehe heaven. Bombe, da ist er gut. Ey, hier, deine Awe. Ich habe auch eine. Ich nehme mir auch eine. Ich darf schon wieder, wir sind hier, ey. Ich habe schon wieder eine Awe. Warte, ich droppe die, ich droppe die. Damals konntest du die Waffen anschießen, dann sind die bestimmt zweimal so weit weggeflogen. Dann hast du mal so einen Drop vorgetäuscht. Schieß immer mit der AWP gegen, dann ist das durch die halbe Map geflogen, die Waffe. Kriegst du einen Tegel mit dem Kopf, stirbt. Ey. Oh, einer runter. Rampfe. Außen clear. Außen kommt nichts. Sension nach hinten. Bobby, geh mal bitte mit auf Main. Einer ist auf dem Spot. Weiß ich nicht? Ah, wieso? Einer pummelst down. War ich alleine auf dem? Ja, du warst alleine auf dem. Ah, gut geplant. Wird geplant, ja. Drei gegen zwei. Hey, los, du bist am richtigen Spot. Nice, danke. Nice, Perry. Zwei gegen zwei. Einer ist rechts hinterm Schacht. Achso, okay. Rechts um die Ecke, wenn du reingehst, ist einer. Der ist gerade Main oder Schacht rein. Also entweder ist er jetzt links, oder der ist im Schacht. Der ist im Schacht. Das ist gerade der Fuse-Gut, ne? Smoke. Wieso läuft nicht Smoke in die Hand? Da unten, da unten. Safety doch so. Ich hab den nicht gesehen, weil mein Typ ja die Smoke in die Hand muss, weil ich sie aufkommen hab. Ja. 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 Einstellungen. Ja, es gibt echt, je nach Einstellung ist die Smoke ein bisschen bereiter und ein bisschen weniger bereiter. Ich hab mir jetzt mal alles gekauft. War eigentlich blöd. Aber ich hoffe auf einen schnellen Kill. Fabian, die Scout. Geht's aus mit der geilen Kanone. Dann mach ich mal Art wie so. Die rushen Art gerne durch. Ich hasse die Scout. Ich hasse Leute, die sich eine Scout kaufen. Nichts Schlimmes. Da hab ich mal das Verlangen, die Leute zu kippen. Die ich was kaufe? Die Scout. Einer ist Pommes. Rampers. Einer ist schon unten durch gewesen. Einer ist Pommes. Zwei Pommes. Zwei Rampe durch. Sind auf A durch. Zwei sind Rampe durch. Hattet ihr Waffen auf Krampen? Äh, nicht weg. Also ich nicht. Ich hatte nur Nova. Ich hatte den M4. Einer ist auf Pommes, Bruder. Oh, einer Heaven. Nein, geh weg. Nein, da waren auch noch zwei. Nein, da wäre jetzt die P250 natürlich besser gewesen auf Distanz. Aber das sieht nicht gut aus, ne? Wir müssen kaufen. Wir müssen kaufen. Auf A haben wir extreme Schwächen. Da, auf A. Go, go, go. Eine Ahnung. Harry, geh du am besten mal A. Ich geh alleine in Rampe oder so. Okay. Einer von ihnen rusht immer durch die Dings durch. Einfach mal einen Nate hinwerfen. Rampfe, Rampfe. Ich hab, ich hab, ich hab drei durch. Hilf mir doch. Einer, zwei. Die gehen in Rampe. Wie kann ich den da nicht treffen? 30 HP hat einer. Im Radio. Schön, schön. Noch einer mit 30 HP da. Noch einer mit 30 HP da. Das war immer noch nicht fair. Das war wahrscheinlich. Eins gegen eins. Er geht legen. Good job. Gigi, well played. Starke Spiel von den Gegnern. Konnt man nix entgegensetzen. Konnt man nix entgegensetzen. War aber trotzdem ein schönes Spiel, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Yo, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, CS hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen da oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch auch das letzte der Sieh-Video und unten habt ihr den letzten TTT-Part. Haut rein. Schönes Wochenende euch. Tschüss.